Servus Willkommen back zu einer neuen Folge von Need for Speed Payback ich habe heute morgen also heute morgen mit diesem Fahrzeug einige Rennen gefahren es ein bisschen aufgepeppt neu verliert was ich finde es sieht geil aus so gelb-grün mäßig ja da habe ich noch eine neue Nachricht für euch ich habe eine Playstation 4 Pro gekauft so wie ein Headset ja ich weiß die Aufnahme vom Sound also von mir das hat so ein leichtes Rauschen das will ich eben verhindern deswegen habe ich eine neue Headset bestellt und die neue Playstation 4 Pro für bessere Aufnahmen was dann auch im Video 100%ig gesehen wird jetzt will ich nicht so viel reden sondern gleich anfangen ich hatte schon eine Aufnahme gemacht jedoch ist die wieder verloren und das war eben der erste Part vom Offroad Zeit fahren hier sprechen wir ein bisschen mit dem jetzt erwartet er dass wir gleich uns beweisen so schnell wie möglich so viel fahren wird nicht so schnell wie möglich so ein paar Leute Okay. ... ... ... Nee, aber auch nicht gereicht. 1 meter war ein super sprung und wir waren besser als autolog speed karte ausdruck 17 ich baue das mal ein so und die nächste das nächste renn war hier moment da muss ich etwas anschauen so fand ich hoffe ok Einige sagen ja, der Porsche Panamera wäre besser, andere sagen wiederum der X6 ist besser, andere behaupten, es sei der Evo. Obwohl er gemeinsam Sachen mit Naroro macht, scheint sich Holtzman zu mögen und trifft sich beim Solarfeld mit der Hazard Company, um ihr ein Offroadrenner in der Wüste zu liefern. Ja, das machen wir. Sieben Sekunden in der Luft, ja, machen wir. Das hier wird heftig, Crew. Stellt euch auf einen wilden Ritt ein. Oh, das wird fantastisch. Showtime! Okay, da sind einige weggeflogen. Na, da ist Platform. Dann bin ich frei. Dann kann ich nicht mehr." Ja, wir sind zu ausgefahren. Nicht mein Fehler, die... ... 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 Kein Problem. Machst du etwa ne Pause? Erster. Es war eine schwere Geburt, aber wir haben es glaube ich. Jetzt nur kein Fehler mehr. Wir haben es. Wer mit seinem siebten Gang lebt aber. Neuer Rekord. Und wir waren fast über die doppelte Anzahl oben. Man kriegt das Geld in die hell geworfen. Nitro 17. Ich baus mal ein. Okay passt. Und eine Lieferung. Alter. Das war so krass. Verdammt richtig. Nur packe ich nicht, dass du meine Crew besiegt hast. Ich hoffe du fährst weiter mit uns. Klar. Super. Talente wie deine könnten wir hier nämlich gut gebrauchen. Vor dem nächsten Rennen solltest du deine Slalomkünste aufpolieren. Wir sehen uns da. Slalomkünste. Da ist ein Solarfeld. Das wird wohl die. Das Fortune Valley Solar Project? Ich stehe ja mehr auf Benzin als auf Solarenergie. Holtzman hat eine Strecke mit Schrotteilen präpariert. Um deine Slalomkünste zu testen. Zeig ihm, dass du mit seinen besten Razern mithalten kannst. Aufhängung ist hart. Servolenkung machen wir ein bisschen leicht. Grip passt. So. Dann schauen wir mal nach. Ja. Easy mit dem BMW. Als Herausforderung haben wir unsere Strecke mit Schrotte aus der Stadt gepimpt. Versuch zu überleben. Ihr könnt der Stadt also einfach irgendwas befehlen und sie macht es? Wenn du zu uns gehörst, kannst du jedem alles befehlen, was dir einfällt. Ein Traum, nicht wahr? Die arbeiten auch mit der Stadt zusammen. Wollte nur Hi sagen. Ich muss mithalten. Ich muss wieder nach vorne. Und komm. so läuft das hier nicht okay das war miserabel wir haben uns total verpasst als herausforderung haben wir unsere strecke mit schrott aus der stadt gepimpt ihr könnt der stadt also einfach irgendwas befehlen und sie macht es wenn du zu uns gehörst, kannst du jedem alles befehlen was dir einfällt ein Traum nicht wahr auf wiedersehen wenn man diese trunnel angeht hey vorsicht Das war's für heute. Das ist aber nicht gut. Ja, jetzt kriegst du unfair. Fertig. Hoppla. Ach komm. Wir fahren gerade so schlecht. Ja, danke schön. Mac, Mac, Mac. Ja, Baby. Hey, willst du mich verarschen? Tja, was sein muss, muss sein. Ehrlich? Ich schiebe mich da runter. Wie nochmal was? Das war grottenschlecht. Was für eine Schlacht und was habe ich davon? Nichts. Komm, Neustart. Ja, komm, Neustart. Mach eine. Schnell, schnell. Ja. Ja. Könnte der Stadt also einfach irgendwas befehlen und sie dachte es? Wenn du zu uns gehörst, kannst du jedem alles befehlen, was dir einfällt. Ein Traum, nicht wahr? Erich. Geht euch Menschen. Und dass du noch nicht verholtest, bevor du zu uns spielst. Das war's für heute. Das ist so schwer. Was für ein Sprung. Abzug in der B-Note. Ach komm. Ach komm. Ach komm. So ist's richtig. Führung. Ich komme. Äh. Das wird nichts. Ein paar Rempler gehören dazu. So Leute. Daraus wird echt nichts. Ab hier werde ich in der nächsten Folge weitermachen. Hoffentlich hat das Video euch gefallen. Lasst ein Abo da. Ein Like. Nicht vergessen die Glocke zu hören. Und das war's von Admiral Sims Studio. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.